Die Kirche ist in der Kirche, die in der Kirche ist in der Kirche. Und dann, solange das dann draußen keiner hört, geht es ja in Ordnung. Ich sage dann noch was. Hier wird jetzt die Jugendklasse Hündinnen Langstocker erwartet. Heute wird gerichtet von Herrn Peter Knaul. Guten Morgen meine Damen und Herren. Aus dem Smorlock-Stadion in Nürnberg geht hier ins Stadion die Jugendklasse Hündinnen Langstocker. Gerichtet von Herrn Peter Knaul. Der hier die Reihung vornehmen wird und am Ende der Bewertung eine Siegerehrung der besten fünf Hunde vornimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist die Jugendklasse-Hindinnen Langstock, gerichtet von Herrn Peter Knaul. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie in jeder Klasse wird zuerst die Schussprobe durchgeführt. Und dann wird die vorläufige Reihenfolge aufgerufen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. So meine Damen und Herren, aus dem Max-Morlock-Stadion in Nürnberg sehen Sie hier die erste Entscheidung in der Klasse Langstock-H-Jugendklasse Hündinnen. Der Richter ist Herr Peter Knaul. Die Schussprobe hat bereits stattgefunden. Und der vorläufige Aufruf der Reihenfolge ist bereits erfolgt. Die Schussprobe hat bereits stattgefunden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, 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 ja. Hier ist nun die erste Gruppe in der Trabrunde und in der Kontrolle der Schrittfolge. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020